Das Nachwuchstalent durfte schon mit José Feliciano singen und mit ihm sogar ein Musikvideo aufnehmen. Und genau das sah Helene Fischer, woraufhin sie Fabian zur Helene Fischer Show einlut, berichtete der 12-Jährige kürzlich im Rahmen der Sendung Weihnachtszauber im ORF stolz. Gemeinsam mit dem Superstar-Honar von der 2019 den Mixer Denn du hast einen Freund in mir aus dem Film Toy Story. Ein zu Herzen gehendes, großartiges Duett. Die Moderatorin des ORF zeigte sich von Fabians Erzählung begeistert und wollte dann wissen, wie Helene Fischer denn hinter der Bühne war. Mit einem breiten Lächeln soll der junge Sänger geantwortet haben, sie ist eine ganz nette Person. Also wirklich. Liebe Grüße an sie. Fabian möchte mit dem Künstlernamen Fabio durchstarten und berformte beim Weihnachtszauber mit dem zweiten Nachwuchstalent des Abends Larissa und dem Musiker Gary Howard den Song Feliz Navidad. Wir sind gespannt, ob es eines Tages auch zum Wiedersehen mit Helene Fischer kommt.